Und damit herzlich willkommen bei ePlay and QuickFM. Herzlich willkommen! Es ist noch gerade hier alles still, aber das wollen wir jetzt gleich ganz schnell mal ändern, denn wir starten unseren Wonderful Jingle Player and we're sticking off the test mit erstmal, ähm, diese hier. Willkommen zu QuickFM und ePlay. Herzlich willkommen! Es ist Sonntagabend, 20 Uhr in zwei Minuten und es ist Zeit für ePlay. Herzlich willkommen! Und gerade natürlich wie gewohnt live auch wieder auf QuickFM, die erste Sendung bzw. die allererste Sendung, die es wieder auf QuickFM gibt, denn QuickFM ist in Sendepause und da kann man leider nichts daran ändern, aber ich bin immer so bereit und sende QuickFM und ePlay natürlich jede Woche, jeden Sonntag hier auf QuickFM. So! Streams sind aktiv, sind zum Einschalten bereit. Titelupdate ist noch ein bisschen falsch, aber den wollen wir gleich ändern. Bevor wir das machen, spielen wir am besten ein bisschen Musik und das wollen wir tun. Und dazu starten wir unseren Player. Starten den Player und suchen ein Lied raus. Und da haben wir was. Nämlich was Schönes, was Megageiles, wenn ich es finde. Nämlich hier Mysteries of Sound. Wir haben letzte Woche einen Teil 1 gehabt, jetzt gibt es einen Teil 2 für euch. Und den wollen wir spielen hier. 3, 2, 1 und wir sagen Go! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Malo 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 Eres nos enak Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017